Hallo Leute, Herzlich Willkommen zurück zu GTA 4. Joa, es lädt. Begab sich. Ein Nikkor in Liberty City, ne? So, was ist denn jetzt hier eigentlich Faser? Gab es hier nicht auch irgendwie eine Karte, ne? Irgendwie ist hier gerade erstmal gar nichts. Interessant. Hm. Ja nun. Ja nun. Was ist passiert? Last unit from Old Beach. Oh. Es war Schneider. Jesus Christus! Okay. Was ist passiert? Ich habe einen Mann, der hier ist. Ich habe einen Mann, der hier ist. Das funktioniert. Ähm. Ja. Es ist die Frage. Wie geht es natürlich weiter? Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Joa, dann fahren wir da mal hin, ne? Roman ruft. Okay. Okay. Nico. Are you there, Cutton? Roman, I'm here. What are you doing? Why do you whisper? I am on Vestler Street, near Perestroika. Come, Nico. Quick! So geht es also weiter. Okay. Okay. Ja, dann fahren wir da mal hin. Okay. Crime Punction. Where are you, Roman? Psst! Nico! Roman. What are you doing in the dumpster, man? Are they here? What are you talking about? Get out of there, man. I'm freaking out, man. I'm being followed. I saw them. Don't be ridiculous. You're being paranoid. I'm be... Fuck you! Fuck you! Everything was fine, and then you show up. And now we're dead. Because Felsten is a psychopath. He's going to kill us. Because we killed Vlad. Vlad was his man. That's how it works. You kill their guy, they kill you! Roman. Get out of there, man. Listen to me. Vlad was a piece of trash. They don't care about him. All they care about is making money. So? We say we work for them. Now get out of there. You smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Oh! Get out of the dumpster, Mr. Fatman! Ew. Hey! Come on, Freddy! The boss wants a little chat. Yeah. There's a light burning. Why? Wake up! We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andre. Why not? You've been a bad boy, Mr. Balkan. And the boss is not happy. Oh, no. I shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? My cousin. Roman. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna sew off your fucking arm. Speak! Okay, okay. You're dead like seat of the ass. What do you want me to say, huh? Very funny. Do you think you're so smart? No! I tied up in the basement a long way from home. Or some ape threatens me with a hacksaw. I think so. So know I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television. Good lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he is his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant. When we were in Vladivostok. He's an imbecile. So. Nicobelik. You think it's okay to kill my employees? If he is an asshole. Yes. Do it! I agree. No! 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 You're dead! No! You're dead, Mann! I got there! Ich bekomme ein Polizofahrer. Und dann kenne ich mich. Roman, Roman. Geh, geh, geh. Ich will ihn anziehen. Fuck! Ja, das kann ja noch was werden, ja? Such einen Streifen wahr. Oh ja, das ist ja klasse. Daran erinnere ich mich, so halb. Könnte funktionieren. Drip funktioniert. Okay, berühm! Stopp, was du machst! Okay, geh raus und leg deine Hände auf. Geh, geh, geh. Hmm. Yeah. Ich brauche den Autos. Dann können wir das Flughafen sch跟你 vorbeigehen. Geh, geh, geh. Das líne muss dann das Flughafen erstellen. Das ist ein Spiel. Das ist ein... Das ist ein... Ja. Das war ein guter Klub. 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 Was haben die kommen? Das war nur H3. Hüttengürfe. Niko, hallo. Roman, bist du okay? Ich habe zwei Schuss in den Stammack, und dann in der Doktor's Office, das war 30 in der Basement, wir waren wirklich tottieren. Ich bin gut. Du bist eigentlich calm. Das Dimitri-Guy gab mir ein paar Painkillers. Ich bin ein bisschen aus. Wenn du in der Shoppen bist, kannst du ein Adult-Diipers für mich? Bis zum nächsten Mal, Niko. Tja, jetzt speichern wir den Schick mal, Oldschool. Nicht. Ja Leute, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt GTA 4. Bis dahin, macht's gut oder besser. Bis zum nächsten Mal.